Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Slime Rangers. Ja, wir haben letztes Mal damit geendet, dass wir unsere blauen Steinschleime gekreuzt haben mit den Tabby-Schleimen, die wir hier sehen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir können ja erstmal ein bisschen einsam, wenn das bringt Geld. Wenn sie mich lassen. Das wäre natürlich vielleicht auch praktischer. Sobald wir hier mal den Sammler bauen, dann kann ich nämlich hier gefahrlos sein. Ich hoffe, es wird mir gefahrt, dass sie mich wieder verletzen. Auf diese Weise zum Beispiel. Wie viele haben wir denn eigentlich? Es sind zwei, drei, vier, fünf. Ein paar können wir noch gebrauchen. So, aber erstmal ein bisschen Geld verdienen. Gut, das ist jetzt nicht sehr viel, aber man muss ja auch klein anfangen. Und ich sehe, wie am Post. Wie gesagt, die Story überspringe ich jetzt mal großzügig. Genau, wunderbar. Okay, was würden wir denn... Was machst du denn hier draußen? Komm mal rein. So dankst du mir, dass du mir wehtust. Ich gebe dir einen Obdach und einen Ahnung. Okay, was können wir denn gebrauchen? Das Fangnetz für oben. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Wir würden mir wenigstens oft ausbüxen. Wenn das häufiger passiert, nehmen wir das. Aber erst einmal... Das brauchen wir nicht. Der Plotsammler, der wäre ganz interessant. Und der Fütterungsautomat auch. Aber der Sammler ist sogar mehr. Da brauchen wir einfach so 500. Da brauche ich natürlich auch noch Gehege für ein paar andere dann. Na gut, schauen wir mal, was wir so finden. Ja, für euch Nachtaktiv habe ich mir auch schon was überlegt. Das machen wir aber später, wenn es zu weit ist. Dann komme ich zu den Dicken da gut runter. Dass ich mich nicht verletzen kann. Nö, wunderbar. Hält er aus. Wenn wir nämlich diese Larkus hier füttern. Dann können wir andere Sachen freischalten. Zwei Schlüsse für versteckte Bereiche. Allerdings brauchen wir da relativ viel Futter. Was es gibt. Fisch können wir hier ja schon geben. Okay. Ja, den kriegen wir auch noch. So, jetzt müssen wir uns aber erst mal wieder zurechtfinden. So. Komm her, dich brauchen wir. Ich nehme auch mit. Na, versteckt euch nicht. Kommt her. Oh, das kommt die Antoinette hier drüben. So. Hey, hör auf mich zu täckeln. Ach, die verspielen kleinen Kettchen hier. So. Moment. Da drüben ist er. Fast vorbeigelaufen. Ja, als Fleischfresser brauchen die halt Fleisch. Und das wird eine Weile dauern, wie wir den voll haben. Ach ja, stimmt ja. Hier sind diese Aggressiven, die ja nicht böse sind in dem Sinne. Aber trotzdem, wir wie tun wollen. Ich glaube, hier komme ich auch noch mal gar nicht weiter. Ja, da drüben sehen wir von Weitem schon das Ende im Gelände. Hier geht's zwar weiter. Hier brauch ich auch erst mal den Schlüssel. Dann muss ich erst einmal der Lagos, äh, soweit füttern. Ja, momentan sind wir schon recht eingeschränkt. Wir haben jetzt ja eigentlich nur drei Schleimarten, oder? Die blauen, die Tabis und unsere pinken. Ja, gut. Wäre auch langweilig, wenn es am Anfang alles frei wäre. Seid lieb, seid lieb. Das ist gut. Ihr seid mir aber auch immer mit dir. Komm, geh. Das ist aber auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr mal so einen großen Schleim loswerden wollt, ab damit ins Wasser. So, vielleicht konzentrieren wir uns am besten wirklich darauf, dass wir erstmal ein Eingehege und die dazu passende Nahtausversorgung gut ausbauen. Ah, ein Geldkettchen. Wenn ich jetzt was zum Füttern hätte, würde ich mir Geld geben. Genauso. Seid lieb. Ja, die so Leuchten sind nur in der Nacht aktiv, tagslich zerstört sie. Werden wir wahrscheinlich bald sehen. Das sind ja auch so vom Aussehen her ein paar meiner liebsten. Na, da waren aber fünf, wenn er mir nicht wehtun würde. Komm her. Ach, die alltäglichen Gefahren eines Lime-Rangers. Auf keinen Platz bei. Ihr werdet euch schon das Foto holen, wenn ihr es braucht. So, zurück zur Farbe. Ich jetzt erstmal missbaue, gebe ich dann lieber den pinken Plot erstmal ab. Den Phosphor-Plot auch. So, füttern wir euch erstmal. Ach, jetzt. Und drehen wir alles. So, hier, wo es sich freut, weil ich so glücklich bin, tut mir vor allem nicht weh. So. So, habt ihr euch jetzt zurechtgefunden? Müsst du losgehen gehen? Äh? Ja, und der Plotsammler wird das ja natürlich jetzt eher ein unangenehmer Gelegenheit. Ist gut, dass es schon in der Zeit wieder heilt. Das hätte ich jetzt ja schon im Leben gehabt. Vielleicht reicht's ja mal schon. Hm, das braucht auch noch ein Gelegenheit und reinschmeißen. So. So, was wollten wir? Erst einmal den Plotsammler. Okay. Wo ist er jetzt? Ach, da. Stellt's auf Ex-Fuptivieren. Nee, das ist zum Bau. Genau das sucht er. So, ihr seht ja, es war zwei Ex-Fuptivieren. Nicht da, da war ja entscheidend, was das ist. Jetzt sollte er ja eigentlich alles einsammeln. Und jetzt mal so reinschauen. Scheint eigentlich was gut zu klappen. Okay. Hier war die. Ich hab doch Hunger. Bleibt drinnen, bitte. Und jetzt versuchen wir uns mal, das dicke Kätzchen zu kümmern. Ich hab schon gedacht, dass ihr leer gefressen habt, alles. Aber es ist nicht schlimm, wir haben genug Mühe. Wird zwar natürlich noch nicht reichen, aber... Gott sei Dank, man muss sich nicht alles auf einmal füttern. Ja, hier haben wir doch noch ein bisschen was. Sei nicht so zackhaft. Okay, das wäre bei einer Wasser gewesen. Wäre ein guter Moment für Fee. Aber noch kurz zu beschäftigen. Das fand ich eigentlich sehr schade. Die Pilze sehen so lecker aus. Aber kann man nichts machen mit. Komm, füttern. Füttern. Wird größer. Komm, 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 komm. Er zittert zwar, aber es reicht noch nicht. Wir kommen wieder. Komm, ab mit dir. Oh, der ist voll. Schnell hoch. Weiß ich. Oh, das ist größer. Okay. Aber jetzt kann ich schon alles brauchen. Kann ich den von mit Trost informieren? Das einzige, was mich spürt, ist das... Genau. Das wird mich stört. Pautsch. 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 Da ist das Wasser gespielt. So. Wollt ihr mich doch klatscht, ja? Ah, neue Posten, ja, wenn man auf der Farm sind, cool, oder? Was? Oh, was ist das denn? So. Mit 17 Früchten sind wir jetzt noch extra. Da wir kurz vorm Platzen waren, muss das ja langsam reichen. Komm, komm, wir. Yeah. Tada. Und da ist der Schlüssel. So. Jetzt hol ich mir die Rose an. Dann machen wir jetzt alles weiter. Wir sind hier schon mal schon ein paar schöne Tropfen dabei. So, tschüssi. Oh, da ist ja noch einer. Und. Okay, jetzt sieht es gut aus. Solche Kisten kann man kaputt machen. Und das sind ja verschiedene Sachen drin. Hier war zum Beispiel Geld drin. Okay. Und zwei Miezis. Davon haben wir genug. So, tschüssi Miezis. Ah, und hier haben wir Erdbeeren. Schade, eigentlich nicht das, was ich jetzt so wollte. Die kriegt man woanders nämlich auch noch ganz gut. Na gut. Da kann ich alles haben. So, jetzt überlege ich, wie machen wir es am besten. Gehen wir am besten erst mal zurück hier für das Tor aufmachen. Werde ich jetzt auch eine gute Gelegenheit, neues Gehege zu bauen? So, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Noch harmlichen Platz. Zack. So. Ja, was mache ich jetzt mit den Beeren? Lagern wir sie mal. Anführungszeichen. Wie mehr brauche ich noch? Den Plot hingegen nicht. Sechs Gold. Das ist gar nichts. So. Gehen wir wieder zu der Story, die wir im Großteil wieder abspringen werden. Ja, Mann. So. Ich hoffe, dass ihr da drinnen noch besser ist draußen. Schmeißt euer Futter raus und taucht auch noch ab. Und jetzt lasst mir keine Wahl. Jetzt muss ich euch irgendwie ein Dach verpassen. Ist eigentlich schade. Ich würde eigentlich erst mal ein neues Gehege. Aber bin nämlich nicht lastig. Okay, die Mörsen auch nicht so weit. Ah, da sieht man der Flotsam in der Sammlung gerade. Das ist echt schon ein knuffiges Spiel. Vielleicht reicht das sogar für ein Dach und ein neues Gehege. So, fangen wir jetzt. 425. Okay, ist drinne. Schau mal, hier drüben wäre doch noch ein guter Platz für ein zweites Gehege. Doch. Sieht ganz nett aus. Und das kostet auch nur 250. Sollten wir allerdings noch nichts Großes reinlegen. Jetzt können wir uns nämlich auch mal zum neuen Gebiet. Und damit auch die ersten neuen Schleime kennenlernen. Ich werde deswegen jetzt bewusst nichts einsammeln. Wenn ich es vermeiden kann. Aber man kann es ja Gott sei Dank, alles wird dann loswerden. Okay, das stimmt nicht ganz. Wenn ich jetzt ein Hütchen finden würde, würde ich gerne noch mitnehmen. Weil die Fleischfresser äh, das zu machen ist schon eher ein bisschen Arbeit. Bei Pflanzenfressern geht es halt mal schnell. Ihr lasst mir auch gar keine Chance. So. Nein, das mache ich mit dem Schleck damit. Ah, die Kiste. Äh. Ah, die kann ich nicht. Da war irgendwo, wo ich so viele rumhängen kann. Ja, nein, ich habe wirklich lange. Ja, nein, ich habe auch schon die nächsten Hütchen zu tun können. Aber das wird eine Weile tauchen. Ach, ich erinnere mich jetzt auch. Werden wir das haben, kann man vielleicht schon mal mitnehmen. Wenn ich mich recht entsinne. Quart. Wie heißen die Quaderbeere? Okay, die werden wahrscheinlich brauchen. Ich erinnere mich leider nicht mehr ganz, was das Lieblingsfutter war von den nächsten Schleim. Schon ein bisschen her. Aber was man hat, hat man. So. Ja, ich möchte meinen Schlüssel verwenden. Und da haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet. Genannt das Moosbeet. Muss auch sagen, dass das sehr schön geworden ist. Ja, hier haben wir die Explosivenschleiber. Die möchten wir jetzt momentan noch nicht handhaben. Die sind nämlich sehr schwer zu halten. Wie wir haben schon gesagt, die Explodieren halt machen sehr viel Schaden. Und man kann sie auch kaum im Gehege halten, weil sie halt immer durch die Decke dann springen. Ja, wie ihr seht, ich war gar nicht so nah ertragen. Ah, das Blaue, das sind die Paddelschleime. Aber da gibt es da noch ein extra Gebiet für. Oh, ich bin ja schon wieder voll. Oh, ich bin ja schon wieder voll. Aber anscheinend ist das noch nicht hier. Hab ich ja runtergeschubst. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht Kreisgrant. Wunderbar. Irgendwo war halt was. Ich weiß, ich möchte euch ja auch gerne haben, die Nachschule. Okay, also exklusiv und Wasserschleim ist ein Tier. Ich hab mir jetzt halt auch ganz offen mit Hohenschleim gerechnet. War mir nicht ziemlich sicher sogar, dass die hier sind. Ja, okay, das ist die nächste Tor, die uns erst mal verschlossen bleibt. Naja. Jetzt war so in der Tat fast voll mit verschiedenen Hühnerarten. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oder kommt ihr vielleicht noch bei Tag raus? Kann ja auch sein. Da, das, ja, das ist doch das hier in unserer Begierde. Oh, das ist auch ein Goldstein. Bist du, bist du Früchte? Der trockene Sport, glaube ich. Okay, ich weiß, dass es schon rumlos wird. Jetzt ist die Frage, was wir am besten mit einem Unschleimkreuz. Am besten mit einem Fleischfresser. Schauen wir mal in die Slime-Pedia. So, Slimes. Klar. Klickslime, Rago-Slime, Logo-Slime. So, Honig-Slime. Nahrungfrüchte, die Minzmanko. Okay, das war also nicht die Bäre. Aber Minzmanko haben wir auch gerade eingesammelt. Das ist das Grüne hier. Die laufen also auch gut. Das ist schon cool, was für Kombinationen es hier alles gibt. Oh, das wird wohl in den Jetpack nichts. Na, noch mal 5. Hat sich geklappt, oder? Nee, ihr seid alles schade, wir sind alles schade. Ach, ich erinnere mich jetzt auch wieder, wer die Minzbären mochte. Das waren die Phosphorschleim, also die, die nur nachts auftauchen. Wenn ich so nachdenke, wenn ich so nachdenke, es gibt ja noch einen anderen Katzenschleim. Die sind Fleischflasser. Die sind während so unsichtbar, ist auch eine ganz interessante Sache. Vielleicht ist es gut, wenn wir die Honigschleim am besten mit denen kreuzen. Das ist aber erst mal die Frage, wie kommen wir hier weg. Oh. Gut, klar, das ist der Eingang, aber durch den kommen wir nicht mehr raus. So, rennen wir mal durch die Botanik. Da ist auch zu. Noch immer weiter nach oben runterkommen, sage ich. Das ist unser Lieblingsturm. Okay, wo geht's hier raus? Naja, so ist auch eine variante Hühner vollzukriegen. Okay, so eine andere Hühner. Machen wir am besten die Labyrinth-Taktik. Mal rechts abbiegen, wenn möglich. Am vierten Mal wundert man sich, wo man ist. Okay. Jetzt sind wir schon... Ja, hier daran erinnere ich mich. Ja. Schön, dass wir dann Sprinter-Spiel verkaufen können, sofern wir erstmal genug Geld haben. Ja. Im Weg nach draußen wäre mir jetzt aber erst mal primär lieber... Oh, ein Todkopf-Symbol. Ist immer ein guter Weg. Ja, okay. Exklusiv und wütende Lagos. Ist auch eine schöne Kombination. Wow. Wow. Weil ich mich davon ausgehe, dass ich nicht so viel Ärger mache. Ziemlich aber jetzt noch mal rein. Ah, das sind solche Kapseln. Das ist jetzt noch weit, weit weg, aber man kann die später öffnen. Da sind dann halt Sachen drin. Oh, aber erst mal die entsprechenden Schlüssel dafür. So. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ist halt irgendwas schwierig, die ich halten kann. Nein. Gut, dass wir später Teleporto machen können, wie was da vorne ist. Und ja, wir sind wieder auf unserer Farbe. So, erst mal, damit ich keinen Mist baue, Honigschleim mal abliefern. Hier kommt hier rein, meine Freunde. Die Minzmongo heben uns mal auf. Die können wir nämlich für die dann gleich anbauen, wenn wir den Garten daneben pflanzen. Zack. 392. Ja. Ja, da das so viel bringt, hat es natürlich auch einen gewissen Grund. Die Gordeln kann man nicht halten. So, und haben wir den Garten. Und dann kriegt ihr dann jetzt mal Guts. So, die Myrlies wachsen auch schön. Oh, dafür, dass wir nichts reinlegen konnten, bin ich eigentlich ganz ordentlich. So, sag, ein Kumpel. So, ich wollte erst nicht damit spielen. Ja, gut, ja, wahrscheinlich kann ich nicht. So, wenn wir die da mal halten können, versuchen, das wir hier ein bisschen hochzubauen. Okay. Ja, würde sagen, für den Teil 2 war das genügend. Wir haben jetzt ja ein neues Gebiet mit den neuen Schleimen gesehen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Dann geht's weiter. Und hoffentlich werden wir was finden, ob wir die goldene Schleime kreuzen können. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.